komm einfach vorbei wenn es etwas interessantes komm einfach mal komm Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Hallo? Vorsicht, wir müssen wirklich leise sein. Sie darf uns nicht hören. Wir sind da. Sie kann nicht weit sein, das spüre ich. Zielt auf den Kopf, wenn ihr sie seht. Aber kommt dieser Bestie nicht zu nahe. Chimeren wittern euch eine Meile gegen den Wind selbst, wenn sie schlafen. Wir sind da. 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 Der Miskerl schläft. Krebs hat guten Tag. Feuer! Wir haben den Job erledigt. Machen wir uns auf den Weg zurück. Vergiss nicht kurz bei Trevor in der Yanov-Station vorbeizuschauen und ihm zu sagen, dass die Sache mit der verletzten Chimäre erledigt ist, damit du deinen Anteil bekommst. Stalker, wir tragen keine Waffen auf dem Schiff. Tun wir einen Gefahren und stecken Sie auf mich. Hey, Bruder.